hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play von 3 und da fahren wir erst mal zum doktor er hat ihr bereits angekündigt kündige ja erst mal alles frei an weiß ob man noch drin bleiben sollte sollte man auf jeden fall beim meisten machen wir doch was alles ich bin ja wir gehen nächste folge dahin und das sieht auch cool aus das kann auch machen und das ist auch schön machen wir besser das oder machen wir doch das also ist das hier müssen wir ja ganz rum auf dem berg so wohnt er nicht unten mensch er baut dann sein haus auf dem berg doch dumm recht da ja da unten ist irgendwas los da bringt was wir haben hier schöne windspiele ich glaube hier dringen wir in dr erna zu haus sein ich weiß gar nicht was wir hier wollen vielleicht wurde es mal gesagt als die missionen reinkam aber schon so lange her ich habe keine ahnung waffe der legt die waffe weg also das würde ich ja an seiner stelle nicht und er weiß auch gar nicht wo er hier lang geht was ist das haus hier müssen wir hin es ist das denn steig jetzt�� Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, jetzt wollte ich euch gerade zeigen, was da liegt in der Tiefe, aber nein, natürlich darf ich das nicht. Das Spiel sieht es halt einfach nicht vor, dass man euch das zeigt. Warum auch, interessiert ja keinen. Was haben wir hier noch drin? Eine rostige Posaunen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh nein, 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 nein. ein kleck lenk 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 also jetzt mega mies wenn wir hier verbrocken würden alter wieder ein baum hängen geblieben mensch mensch habe ich mich erschrocken da war ja eine horrorfolge und jetzt sollen wir für den doktor hat beziehungsweise für das irgendwelche bild zu besorgen aus einer hülle doch mal gucken wo war die herkriegen doppel das schon alles ist die pappel schätze meine ich das haben wir noch schweizleder ich mal gucken medizin wenn wir den feld ganz normale schweine und feilkirche ok den brauchen wir eigentlich für unseren bogen hätte ich vielleicht mal gesagt wir sind im westen oder was das hat nicht so ganz mitbekommen jeder punkt ist gleich unter uns ach ja müssen wir erst mal tauchen hier werden wir auch tun da geht es weiter alter es geht doch die luft raus schon schneller schon schneller los ok da oben ist glaube ich schon wieder finde ein weg in die hülle das haben wir es geschafft die hülle und finde die pilze das werden wir noch schaffen glaube ich doch auch ich muss ich da lang nein da muss ich hin jedoch ich muss hier runter dachte schon jetzt auch ein bisschen blöd gewesen ja gemacht hier mit der hülle fällt mir da muss ich hin da müssen hin da sind auch schon pilzen oder was älter jetzt los geil ich glaube wir sind teil was ich glaube hier die sprühen irgendein gift aus der uns benebelt ist ja richtig cool gemacht das ist schon stimmt hä hä was ist jetzt los hä laufen wir hier gerade hoch was das ist ja das ist ja hi ups sorry also draußen nicht im spiel das ist krass und was da hinten in dem haus zu sehen sein wird das gibt es in der nächsten folge ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis dahin ok